Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lieblingsböder Angelschule. Heute sprechen wir darüber, wo wir Ende Frühjahr, Anfang Sommer die Barsche finden und ich zeige euch, wie ihr jetzt schnell zum Fangerfolg kommt. Kurzer Rückblick. Im zeitigen Frühjahr können wir zwei Wanderbewegungen beobachten. Das erste sind die Raubfische, die vom Tiefen ins Flache kommen, um dort zu laichen. Später folgen dann die Weißfische. Sie ziehen ebenfalls vom Tiefen ins Flache, um dort zu laichen. Der Saisonstart Mai, Anfang Juni, das ist klassisch die Zeit, in der wir am allerliebsten auf Hecht angeln, denn die Hechte sind jetzt am längsten fertig mit dem Laichen, haben jetzt richtig Hunger und stehen sehr ufernah, da wo wir sie gut fangen können. Ende Frühjahr ändert sich das. Hechte tagsüber zu fangen wird schon etwas schwieriger. Wir fangen sie vor allem frühmorgens und am Abend, aber jetzt kommt der ideale Zeitpunkt für alle, die mit dem Raubfischangeln anfangen, denn jetzt tritt ein Räuber auf den Plan, der warmes Wasser liebt, und das ist der Barsch. Viele Angler fragen sich zum Saisonstart häufig, wo sind denn jetzt die Barsche? Und was wir unter Wasser beobachten können, das möchte ich mir einmal mit euch gemeinsam anschauen. Wir können sehen, dass im zeitigen Frühjahr, nachdem die Weißfische fertig sind mit dem Laichen. Große Trupps von Barschen, riesige Schwärme von kleinen Barschen, dicht in die Uferbereiche ziehen. Von Woche zu Woche mischen sich immer mehr mittlere und große Barsche dazu. Sie werden angezogen von den warmen Wassertemperaturen und von den ersten fressbaren Sachen, die es im Wasser gibt. Zum Beispiel Pflanzenteile, Algen und Zooplankton, also kleine Wasserflöhe. Es gibt noch keine echten Hotspots. Wir sehen, dass sich die Barsche mehr oder weniger zufällig in den Uferbereichen verteilen. Hier zum Beispiel an dieser Schilfkante haben wir kaum Vegetation und auch noch keine Brutfische aus dem aktuellen Jahr. Das ändert sich aber und zwar genau jetzt. Deshalb ist jetzt der beste Zeitpunkt, um mit dem Barschangeln anzufangen. Denn jetzt bilden sich echte Hotspots aus. Was sind überhaupt Hotspots? Hotspots sind Plätze, an denen sich Barsche, Schwärme und Trupps dauerhaft aufhalten. Was braucht es dafür? Es braucht Vegetation und es braucht Nahrung. Zum Beispiel Brutfische aus diesem Jahr. In dem Moment, wo wir ausgewachsene Seerosenfelder haben und sich dort die Brutfische festsetzen, haben wir auch an diesen Plätzen dauerhaft die Barsche. Und entsprechend der Größenpyramide sehr sehr viele kleine Barsche, ein paar mittlere und vereinzelt ein paar große. Die drei besten Hotspots zum Barschangeln genau jetzt sind Seerosenfelder auf Platz eins, Schilfkanten auf Platz Nummer zwei und umgestürzte Bäume auf Platz drei. Und der riesengroße Vorteil, wenn ihr jetzt mit dem Raubfischangeln anfangen möchtet und sagt, ich will erstmal losgehen, ein paar Barsche fangen, viele kleine, dann mal einen mittleren und dann vielleicht mal einen großen, ist, dass ihr jetzt tagsüber wunderbar auf Barschangeln könnt. Und wie das genau funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Wir machen es gar nicht so kompliziert heute. Wir gehen einfach mal fischen. Ich habe meine Allround-Route dabei. Eine 3000er Shimano-Rolle. Ich glaube, das ist eine 08er oder 010er geflochten Hauptschnur. Vorne dran ein Fluocarbon-Verfach. Mit Hechten müssen wir hier in dem Bereich jetzt nicht rechnen. Also es gibt hier natürlich Hechte, aber um die Mittagszeit, wir haben fast Windstille bei glasklarem Wasser. Da rechne ich nicht damit, dass wir hier ein Hecht fangen, aber kleine Barsche. Denn es ist Frühjahr und das Wasser hier ist schön warm und jetzt zieht der ganze kleine Brutfisch hier ganz dicht an die Uferkanten ran, unter die Seerosenfelder. So, und ich habe ein bisschen was dabei in meinem Koffer. Wir machen ein ganz einfaches Programm heute. Nummer eins, Gummifisch. Sunny für klares Wasser und Sonne. Kleines Weißfisch-Imitat. Das ist die Größe von Brutfischen, die hier drinnen jetzt rumschwimmen aus dem Vorjahr. Die Brutfische aus diesem Jahr, die sind noch etwas kleiner, aber dazwischen stehen immer mal Barsche. Mit fünf Zentimetern kommt man eigentlich sehr schnell zum Fangerfolg. Das ist so, was mir persönlich große Freude bereitet. Und dann habe ich Haken dabei und zwar in der Größe 1. Die passen perfekt zu Lieblingsködern in fünf Zentimeter. Auf den fünf Zentimetern und auf allen Tüten steht das natürlich auch immer noch mal drauf. Tipp zur Montage, spitze Haken in der Größe 1. Und ich verwende heute mal ein Gramm und zwei Gramm. Also ganz leichte Köpfe, damit wir die Köder hier vernünftig zwischen den Seerosen und zwischen dem Kraut so durchführen können. Mit schwereren Köpfen bleibt man da relativ schnell hängen. Wir beginnen mit dem Gummifisch. Gucken mal, ob wir hier ein, zwei kleine Barsche fangen können. Und dann zeige ich euch mal den Spinmat. Auswerfen, durchkoppeln ist auch eine ganz tolle Geschichte. Jetzt erstmal den Gummifisch. Ganz simpel. Das ist hier der Sunny. Guckt mal, so sieht der aus. Wir fangen direkt mal mit einem Gramm an. Also ganz, ganz leicht. Können wir den ganz leicht durchzupfen. Hat er kaum Absinkphase. Hier ist unser Kopf, hier ist unser Köder. Zieh den Köder einmal sauber mittig auf. Fertig ist die Schönheit. Powersnap in der Größe S. Da ist unser Köder. Wo wollen wir anfangen? Hier am Baum, oder? Ich kletter hier jetzt mal ganz entspannt auf den Baum. Kommt mal mit. Direkt hier unten am Baum sind jetzt kleine Brutfische. Genau fünf Zentimeter lang. Und das ist genau das Richtige für Barsche. Also Brutfische aus dem Vorjahr, fünf Zentimeter Größe, das ist eine richtige Portion. Und die imitieren wir heute mit unserem fünf Zentimeter Lieblingsköder. Ich kletter mal hier vor auf den Baum und mach einfach mal einen Wurf. Da steht ein kleiner Barsch von der Züttel am Baum. Siehst du den da? So, wo können wir reinwerfen? Da sind die fünf Zentimeter großen Brutfische. Guck mal die ganzen Barsche, die da hinterher gehen. Siehst du das? Also ich werfe den Köder aus. Ich lasse den ganz langsam absinken und dann zupfe ich den so durch. Attacke. Da ist. Da ist der erste Barsch. Stand unterm Baum. Da wo die fünf Zentimeter kleinen Wutfische stehen. Ist das herrlich. Ist jetzt ein kleiner. Aber losgehen, angeln. Herrlich. So probieren wir noch mal. Da schießen noch die anderen Barsche hinterher. Draußen, direkt unterm Seerosenfeld. Jetzt habe ich ein Stück weiter geworfen, unterm Seerosenfeld. Also da, wo die Seerosen sind, da stehen die Barsche unten drunter. Und einer hat es dann geschafft, drauf zu schnappen. Und drei, vier sind noch hinterher gekommen. Hast du es gesehen? Wahnsinn. Also wenn ihr vorhabt, mit dem Raubfischangeln anzufangen. Allround-Rute, geflochtene Hauptschnur, ein Fluocarbon-Vorfach oder Stahl-Vorfach, wenn ihr mit Hechten rechnen müsst. Und ein fünf Zentimeter großer Lieblingsköder bringt euch super schnell zum Fangerfolg. So leicht wie jetzt. Seinen ersten Barsch zu fangen, wird es dann im Jahr auch nicht nochmal, ne? Also wenn nachher Millionen von Brutfischen da sind, richtig, richtig viel Futterangebot da ist, dann wird es auch immer schwieriger, einen Barsch tagsüber in der Mittagshitze zu fangen. Ende Frühjahr, Anfang Sommer. Ist es zum Barschangeln ideal. Die zweite Möglichkeit ist das Angeln mit dem Spin-Med. Und das ist noch einfacher. Also wenn ihr sagt, Gummifischangeln, Köderführung, muss man erstmal lernen, dann empfehle ich euch den Spin-Med. So sehen die aus. Das ist jetzt der Sunny in vier Gramm. Sunny Lieblingsköder, fünf Zentimeter. Sunny Spin-Med in vier Gramm. Das ist der kleinste, den es gibt. Kleiner braucht man aber auch nicht. Den Gummifisch erwecken wir durch unsere Köderführung zum Leben. Der Spin-Med, der läuft von ganz alleine. So, ich hänge den einfach ein in den Einhänger. Und den brauchen wir jetzt nur auszuwerfen und durchzukurbeln. So. Zack. Ich lasse den Köder ein ganz kleines Stückchen absinken nach dem Auswerfen. Und dann korbe ich ihn einfach nur ganz gleichmäßig durch. Und ihr merkt schon in der Rutenspitze, wie der Köder vibriert. Die Rutenspitze, die vibriert hier wunderbar mit. Also falls hier ein Barsch anwesend ist, und da ist der Fisch. Erster Wurf, erster Fisch, Spin-Med, vier Gramm, kleiner Barsch. Perfekt. Die Barsche sind nicht immer so klein, natürlich. Werden die auch größer. Und wenn wir nachher die Ködergröße verändern, das heißt, wenn wir von fünf Zentimeter Lieblingsködern auf sechs Zentimeter oder sogar sieben Zentimeter Lieblingsköder wechseln, dann werden wir die kleinen Fische tendenziell eher ausschließen und gezielt mittlere und große Barsche fangen. Das gleiche gilt auch für den Spin-Med natürlich. Mit einem vier Gramm Spin-Med, da bekommt man den schnellen Fangerfolg. Es ist nie ausgeschlossen, dass auch mal ein großer Fisch drauf geht, aber tendenziell ist es so wie jetzt. Auswerfen, durchkurbeln und wenn Barsche am Platz sind, fangt ihr die sehr schnell. Und wenn das mit dem ersten Fangerfolg geklappt hat, dann geht es natürlich darum, mittlere Barsche zu fangen. Und wir rufen uns noch einmal ganz kurz ins Gedächtnis, wie sich so ein Barschschwarm zusammensetzt. Wir erkennen, dass wir sehr viele kleine Barsche haben und darunter vereinzelt ein paar mittlere. Um die zu fangen, müssen wir unsere Ködergröße steigern, um die kleinen Barsche auszuschließen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ans Wasser und versuchen mal einen richtig schönen mittleren Barsch zu fangen. Zum Beispiel auf den 6 Gramm Spin-Med. Ich habe euch hier mal so einen mitgebracht. Das ist jetzt der Charlie, 6 Gramm Spin-Med, Barsch-Imitat. Das ist so ein Köder, den mögen die mittleren Barsche sehr, sehr gern. Also ihr werdet merken, wenn ihr diesen Köder fischt, dass ihr häufig mal Fehlbisse habt. Das liegt dann daran, dass ganz kleine Barsche, also wir sprechen jetzt über diese Größe, die wir gerade gefangen haben, dass die sehr häufig hinten auf das Spinnerblatt attackieren. Barsche ab 15, 20 Zentimeter schaffen den aber ganz ohne Probleme und sind ja auch schon etwas erfahrener. Die attackieren dann in der Regel vorne am Kopf. Da ist es dann mit den Fehlbissen nicht mehr ganz so schlimm. Also vom 4 Gramm auf den 6 Gramm Spin-Med. Das ist eine gute Idee, um mittlere Barsche zu fangen und die kleineren Barsche stärker auszuschließen. Gummifische. Ich habe euch jetzt hier mal einen Sunny mitgebracht in 6 Zentimetern, also 1 Zentimeter länger als der 5 Zentimeter Lieblingsköder. So sieht der aus. Das, was wir jetzt noch übrig haben aus dem Vorjahr, hat ja ungefähr die Länge 5, 6 Zentimeter. Mit einem größeren Köder liegen wir noch genau im Beuteschema, schließen aber kleinere Barsche schon stärker aus und sprechen die größeren stärker an. Womit wollen wir anfangen, Chris? Mit dem Spin-Med oder mit dem Gummifisch? Mit dem Spin-Med. Der macht richtig Druck und durch den Zwillinghaken, der hier unten so anliegt, kann ich den Köder auch wunderbar durch die Seerosen führen, ohne dass ich ihn mir abreiße, genau da, wo auch die Barsche stehen. Moritz. Grüß dich. Grüß dich. Wir haben uns vor zwei Tagen das erste Mal getroffen, hier am See. Richtig. Das ist dein Hausgewässer. Ich habe es schon gesehen, du hast zwei ganz tolle Sachen dabei. Ultra-Boost-Route. Bist du zufrieden? Wunderbar, die Route. Also erfüllt alles, was sie machen soll. Klasse. Und so, wie es draufsteht. Sogar aus der ersten Serie, aus den ersten 100. Ja. Was angelst du? Spin-Med. Spin-Med, 10 Gramm. Vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuschauer. Was ist dein persönlicher Lieblingsköder zum Barschangeln, jetzt im späten Frühjahr, Anfang Sommer? Einseitig Spin-Med. Der Spin-Med? Ja. Vor allen Dingen um die Mittagsstunde, um die Fische zu reizen. Ja. Aktiv zu machen. Spin-Med eindeutig. Also frühmorgens und am Abend Gummifisch und tagsüber Spin-Med. Richtig. Wäre auch meine Empfehlung. Guck mal, was ich dran habe. 6 Gramm Spin-Med Charlie und du hast? 10 Gramm. 10 Gramm Red Hat. Gute Farbe hier? Ja. Ja? Sehr gute Farbe. Also schön auffällig, ja? Richtig. Wie ist das Wasser hier? Die Uferbereiche sehen sehr klar aus, aber sobald es weiter rausgeht ins Tiefe, dann kommt auch schon die Trübung. Okay. Und deshalb eigentlich immer bloß das Rot-Weiße. Wir haben gesehen, hier sind ganz viele kleine Brutfische im Wasser. Also wir haben jetzt die 5-6 cm großen Brutfische aus dem Vorjahr. Und Millionen von Kleinfischen aus diesem Jahr, ne? Also alles voll. Ja. Eigentlich ideale Bedingungen zum Barschangeln. Ich würde sagen, Moritz, dann begleiten wir dich einfach mal und dann angeln wir heute hier gemeinsam eine Runde. Hast du ein bisschen Zeit? Ja. Ja? Dann machen wir das mal gemeinsam heute. Das ist natürlich das Schöne. Also alle, die jetzt anfangen mit dem Raubfischangeln, die haben es genau jetzt gut, denn jetzt beißen die Barsche auch noch tagsüber, ne? Richtig. Nachher im Hochsommer, wenn es richtig heiß ist, also wenn wir Außentemperaturen haben, deutlich über 30 Grad, 30, 32, 35 Grad draußen in der richtigen Hochsommerhitze, dann verlagern sich, meiner Beobachtung nach zumindest, die Fressphasen der Barsche eher in die frühen Morgen- und in die Abendstunden. Ja. Vorher genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Das heißt, jetzt ist noch ideal, um tagsüber Barsche zu fangen. Dann würde ich sagen, verlieren wir auch gar nicht viel Zeit. Wir machen hier mal ein paar Würfe und gucken mal, ob wir vielleicht den ein oder anderen mittleren Barsch hier überlisten können. Ich packe den Kescher schon mal aus, sicherheitshalber. Wir probieren mal, ob wir hier links reinwerfen können. Ganz mutig. Vor die Schilfkante, da sind zwar viele Seerosen, aber wenn wir da durchkommen, ich glaube, da steht Fisch. Den Spin-Met durch den Zwillinghaten kann man ganz gut durch Seerosenfeld führen. Man bleibt selten hängen, wenn man ihn nicht zu tief absinken lässt bis zur Wurzel runter. Also den Stängel von der Seerose, da kann man ihn immer so ein bisschen drüber flitschen. Bleibt er in der Regel nicht hängen. Ja. Da stehen die Barsche. Seerosenfelder Schilfkanten. Ideal für Barsche. Das ist jetzt noch nicht der Barsch, für den wir hergekommen sind, aber immerhin. Also schon mal gut zu wissen, dass die Fische heute überhaupt beißen. Nein! Nein! Das war er. Guter Fisch. Richtiges Topf. Schade. Da war die Chance. Der erste mittlere Barsch kam jetzt bei Moritz. Aber Moritz, ich muss sagen, so macht es doch Spaß, oder? Wir verlieren nicht viel Zeit, gehen direkt weiter zum nächsten Platz. Probieren es dort nochmal, oder? Richtig. Ich gönne es dir auf jeden Fall. Moritz. Tschaka. Aber das geht ja schon mal gut los. Das ist sauber. Schöner Barsch, Moritz. Kein Glück und dann auch noch Pech. Was ist hier los? Sollen wir vielleicht einmal ganz kurz die Kamera ausschalten? Wollen wir es einmal ohne Kamera probieren? Ja. Nein, natürlich nicht. Wir machen das hier alles live. Das gehört beim Angeln dazu. Das war ein schöner mittlerer Barsch. Aber komm. Fünfter Wurf an dem Platz. Wir fangen doch rein. Ich würde auch sagen. Los geht's. Einfach weitermachen. Aber die Barsche haben Lust. Das ist schön. Ja. Und mich freut auch, dass der Barsch in der Sonne gebissen hat. Moritz, vielleicht mal was zur Köderführung. Also, du wirfst aus und korbelst durch, oder? Je nachdem, wie die Barsche Bock haben. Entweder mal schneller, mal langsamer und dann einfach stupide durchkorbeln. Es fehlen noch circa drei Meter, die nur noch weiter rausrufen. Drei Meter Wurfweite fehlen. Oh, lang machen. Sehr gut. Moritz geht ins Wasser, um noch die letzten zwei Meter Wurfweite rauszuholen. Moritz sieht ein bisschen aus, als ob du auf Meerforelle angelst. Weißt du, wie man einen Gummifisch und einen Fisch? Moritz? Komm her, komm her, komm her. Ja. Moritz. Hast du noch eine Telefon in der Tasche? Moritz. Nee, Telefon habe ich nicht in der Tasche. Moritz. Geiler Barsch. Also, für unsere Gewässer hier, schöner, mittlerer Barsch. Wir lassen den Barsch hier im Wasser, machen vorsichtig das Netz ab. Richtig schöner Barsch, Moritz. Ich drück dich nachher mal, wenn die Kamera aus ist. Richtig schöner Barsch. Auf den Spinmat am Rand der Seerosenkante. Einfach nur perfekt. Da ist der Köder und da ist unser herrlicher Barsch. Das ist eine verdiente Geschichte. Mitten am Tag. Ende Frühjahr, Anfang Sommer. Perfekt für alle, die mit dem Barschangeln anfangen wollen. Wie lange waren wir hier? Halbe Stunde. 20 Würfe am ersten Platz, 20 Würfe am zweiten Platz. Direkt am Seerosenfeld. Da stand der Barsch. Einwandfrei. Wenn die Schuhe sprechen könnten. Aber eins weiß ich auch. Nächstes Mal werde ich mir meine Wartrose anziehen, wenn ich mit dir losgehe. Das mache ich. Und was ich nochmal betonen möchte. Der kam jetzt am Seerosenfeld. Also Seerosenfelder und die Bereiche rings um Seerosenfelder, die sind ideal. Der Barsch braucht Platz zum Jagen. Er braucht eine gewisse Wassertiefe. Er braucht Raum zum Jagen. Kleine Barsche finden wir oft sehr ufernah. Also da, wo das Wasser so einen halben, dreiviertel Meter tief ist. Da gehen nachher auch die großen Barsche im Sommer dann hin. Frühmorgens und abends. Tagsüber stehen die Barsche oft an den Kanten der Seerosen, da wo sie selber geschützt sind, aber wo sie auch Platz haben zum Jagen. Super, dass es geklappt hat. Erfolgs-Köder, Spin-Med. Vertrauen zum Köder. Auswerfen, durchkurbeln. Pam. Und dann klappt das auch mit dem Barsch. Geile Nummer. Man gewinnt, man verliert, man sucht, man macht sich einen Plan, man überlegt, wo man hingeht. Und wenn dann der Plan aufgeht, das ist Zucker. Einfach Zucker. Wunderbares Angelabenteuer, was für ein unvergesslicher Tag. Moritz, an dieser Stelle nochmal beste Grüße an dich. Ich glaube, das war die stärkste Rettungsaktion für einen mittleren Barsch in meinem gesamten Leben bisher. Und jetzt fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Anfang des Jahres, wenn es kalt ist, also wir sprechen jetzt über den Mai, dann ist Hechtzeit. So einfach wie im Mai ein Hecht zu fangen, wird es dann auch nicht nochmal, weil wir haben noch nicht viel Vegetation im Wasser, die Hechte sind fertig mit dem Laichgeschäft, die haben Hunger, dann ist Hechtzeit. Jetzt, genau jetzt, ist Barschzeit. Wenn die ersten Seerosenfelder voll ausgebildet sind und wir Millionen von kleinen Brutfischen im Wasser haben, haben wir echte Hotspots, an denen sich auch die Barsche einstellen. Und ein riesengroßer Vorteil, jetzt angeln zu gehen, ist, dass wir tagsüber wunderbar auf Barsche angeln können. Später im Sommer, wenn die Temperaturen weiter steigen und weiter steigen, verlagern sich die Fressphasen in die frühen Morgen- und späten Abendstunden. Wenn ihr jetzt losgeht zum Barschangeln, kommt ihr auch tagsüber wunderbar zum Fangerfolg. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt alles miteinander besprochen. Was jetzt wichtig ist, wenn ihr mit dem Barschangeln anfangen möchtet, dann können wir jetzt weitermachen mit der Fanpost. Fanpost. Ich brauche ein Messer. Womit wollen wir anfangen? Pakete zum Schluss. Erster Brief von Matti aus Burgwedel. Boah, Leute, wow. Ist das ein... Ist das krass. Guckt mal. Für die Hechtjagd Tesafilm bitte entfernen. Ist das geil. Alter, Leute, was ist das? Guckt mal, steht hier. Alter, Leute, was ist das? Sag ich das immer? Und der Hecht sagt, oh lecker, mein Lieblingsköder Sunny. Ist das eine geile Idee? Da geht mir echt das Herz auf, Leute. Das ist ja genial. Matti, absolut geile Sache. Lieber Jens, mein Papa hat extra für mich den Angelschein gemacht. Ich freue mich doll auf meinen ersten Raubfisch. Matti, sieben Jahre. Lieber Matti, geile Nummer. Ach, wisst ihr, was wir machen, Leute? Ich habe eine Idee. Heute lassen wir es mal richtig knallen. Chris, pass auf, ich hole mal ganz kurz was. Bin sofort zurück. Bam. Alter. Matti, kann ich das hier so hinstellen? So. Matti, absolut geile Nummer. Einmal SpinMed Hero 14 Gramm. Für dich, wenn du noch nicht Raubfisch angeln darfst, drück dir mal deinen Papa in die Hand. Um richtig guten Barsch zu fangen, ist der auf jeden Fall perfekt. Nächster Brief. Gerrit aus Hamburg. Moin nach Hamburg. Bin neulich korrigiert worden, weil ich geschrieben habe Moin Moin. Zweimal Moin ist einmal zu viel. Oh, mit Fangfoto und Text. Gerrit, habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ich möchte meine Angelgeschichte in kurzen Auszügen mit euch teilen. Gerrit, in kurzen Auszügen mit uns teilen. Let's go. Vor zehn Monaten war ich noch der Meinung, dass Angeln Zeitverschwendung und langweilig ist. Vor acht Monaten habe ich dann meinen Sportfischereischein erfolgreich bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Acht Monate am Wasser oder auch 62 Schneidertage. Ich habe geübt, immer wieder das Video zur Köderführung geguckt. Sehr gut. Der große Tag. Am 10. Juni war ich das erste Mal sehr früh an meinem Vereinsgewässer. Es ist warm geworden und das Leben beginnt. Die Krautfelder wachsen. Die kleinen Friedfische sind gerade an der Uferkante im Kraut, circa 5 bis 8 cm groß. Ich wähle den 5 cm Aju, denn der war optisch genau wie die kleinen Friedfische vor mir. Es dauert gar nicht lange, da spürte ich etwas total krass in der Rute. Ich war aufgeregt. Durch das recht klare Wasser konnte ich schnell erkennen, dass mein erster Fisch am Haken ist. Kaum zu glauben. Auf 5 cm Aju mit einem spitzen Haken. Wie ich es mir von Beginn an vorgestellt habe. Unendlich stolz. Und da ist der Gerrit mit seinem ersten Barsch. 62 Schneidertage. Wisst ihr, das ist das, was mich so beschäftigt. Und deswegen gibt es auch genau jetzt das Video zur richtigen Zeit. Denn Gerrit, wenn du jetzt so lange unterwegs warst, natürlich Herbst, Winter, schwierige Zeiten zum Barschangeln. Auch der Mai ist noch recht schwierig. Aber genau jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um auf Barsche zu angeln. Ich schenke dir einen Hero in 14 Gramm für deinen nächsten Fangerfolg. Nächster Brief. Matteo aus OHZ. Was ist OHZ? Pam. Ach, hier oben. Hier oben. Ich habe gerade gedacht, wo ist denn der Text? Bobby, Barsch, Hecht und hier so ein grauer Fisch, der da abdreht. Vielen Dank für dein Bild. Auch du bekommst von mir einen Hero. Nächster Brief. Jan aus Stadt Allendorf. Schöner Briefumschlag. Mit Struktur. Willst du es mal anfassen? Cool, wa? Ah ja. Lieblingsköder Liebe. Guck mal, also eine richtig anständige Karte ist das. Ich bin Jan, 24, Student aus Marburg und großer Lieblingsköder-Fan. Die Karte ist natürlich selber gemacht, so wie es sich gehört. Lieber Jan, geile Karte, schön gemacht. Auch für dich gibt es natürlich einen Hero. Heute haben wir die Spendierhosen an, merkt ihr das? Nächster Brief. Von Max aus Lübeck. Guck mal, schöner Buckel. Ganz schön cool. Leider will mein Vater noch keine Ultra Boost kaufen. Er sagt, für Anfänger ist das noch nichts. Wie siehst du das? Lieber Max, ähm, beziehungsweise lieber Papa von Max. Es ist natürlich richtig, wer sich überlegt, ich möchte jetzt mal mit dem Raubfischangeln anfangen und erst mal gucken, ob das was für mich ist, der sollte auf eine Route unter 100 Euro zurückgreifen. Die Ultra Boost ist wirklich für Leute, die sagen, ich bin Angler. Ich habe vor, die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre zu angeln, denn eine gute Angelausrüstung macht einen entscheidenden Unterschied, ob ich viele Fische fange oder wenig. Die Route ist das entscheidende Herzstück. Der Ansatz bei der Ultra Boost war, eine 300 Euro Route in Serie zu produzieren, sodass wir sie unter 200 Euro anbieten können. Die beste Route unter 200 Euro. Ich verrate euch aber noch ein kleines Geheimnis. Wir sind natürlich dran und versuchen eine Route für unter 100 Euro zu entwickeln. Das ist genauso schwer wie eine Profilroute zu entwickeln, die wird aber irgendwann kommen. Vielleicht dauert es noch zwei Jahre, vielleicht dauert es ein halbes Jahr, vielleicht dauert es ein Jahr. Wir werden es sehen, aber wir sind dran. Stehen die Köder eigentlich auf Kopf, Chris? Wir machen weiter und ach Max, natürlich bekommst auch du von mir einen Hero. Vielen Dank für deinen Brief. Nächster Brief. Edi aus der Schweiz. Lieber Jens von Lieblingsköder, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Ach bitte siezt mich nicht. Unter Anglern duzt man sich, ja? Ganz wichtig. Ich bin ein großer Fan von dir. Meine Hobbys sind Fischen und Schwingen. Was ist Schwingen? Weißt du, was Schwingen ist? Schwimmen vielleicht? Wunderbares Bild. Auch du bekommst natürlich einen Hero von mir zur Feier des Tages. Nächster Brief von Rosa Nolte und Nico Meier aus Geiselhöring. Schickt mir gerne mal was zu essen, freue ich mich drüber. Hier sind Briefmarken drin. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Alter, das ist ja geil. Riesiger Spin mit Flipper. Käpt'n, spitzer Haken. Erstmal danke, dass du dir die Zeit nimmst, diesen Brief zu lesen. Ich selber bin zwar keine Anglerin, das kann man doch ändern. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Mein Freund Nico ist ein sehr großer Fan von dir und den Lieblingsködern. Sein Favorit ist der Käpt'n. Du möchtest nichts, oder? Liebe Rosa, ich hab was für deinen Freund. Hero für den nächsten Fangerfolg. So, nächster Brief von Pepe aus Berlin. Cooler Name. Weißt du, wer noch Pepe heißt? Tonpapier. Alter. Guck mal bitte. Hallo Jens. Auf der Rückseite sieht man meinen ersten Fisch, den ich in der Müritz gefangen habe. Am Anfang war ich ein bisschen misstrauisch, da ein anderer Angler gesagt hatte, dass es hier keine Fische gäbe. Auf der Müritz? Keine Fische? Krieg deinen Ehrenplatz in unserer Galerie. Und da du mir deine Adresse mitgeschickt hast, schicke ich dir auch ein Hero. Nächster Brief von Lukas aus Teufeln. Das ist ein Barsch mit einem Haken drin. Vorschlag 5, 6, 7, 10, 12,5, 15 Zentimeter. Ich bin ein großer Fan von dir. Und ich bin ein großer Fan von dir. Ich bin 10 Jahre alt und bin mit Elias befreundet. Elias. Ich habe die Zander-Hechtrute. Sie ist klasse, aber meine Rolle ist nicht gut. Wenn du willst, kannst du an meiner Challenge mitmachen. Du musst in Teufeln 8 bis 10 große Barsche, 20 bis 35 Zentimeter und 4 Hechte zwischen 40 und 70 Zentimeter fangen. PS. Komm bitte am Mittwoch, Freitag oder Samstag Nachmittag. Liebe Grüße, Lukas. Ich habe leider verdammt viel auf der Uhr. Aber ich würde mich freuen, wenn du an der Challenge teilnimmst. Und damit das klappt mit den Hechten zwischen 40 und 70 und mit den guten mittleren Barschen, sende ich dir einen Spin Mad Hero in 14 Gramm. Cooler, cooler Brief. Last but not least, von Elio aus der Schweiz. Ein Brief im Karton. Muss ich hier vorsichtig sein? Das ist entweder ein verdammt hartes Brötchen. Jetzt bin ich gespannt. Wir brauchen Platz. Ach. Also ich kann euch schon mal sagen, es ist kein Brötchen. Es ist... Leute. Mega geil. Guckt euch das mal an. Hecht und Barsch. Geile Sache. Wie ist das hier gemacht? Das ist... Du, man hat hier noch die Schnauchspuren. Also das ist nicht mit einer Laubsäge ausgesägt, sondern mit irgendwas, ne? Stichsäge. Mega cooles Artwork. Gefällt mir richtig gut. Lieber Jens, ich habe dir ein Hecht und einen Barsch aus Holz gemacht. Ich habe das gemacht, weil ich von dir sehr viel gelernt habe. Lieber Elio, eins plus eins sind zwei. Deswegen bekommst du von mir zwei Heroes. Einen für dich, einen für deinen besten Kumpel. Und damit sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Vielen, vielen Dank für eure Fanpost. Geile Motivation. Ist immer so ein bisschen das Highlight, ne? Chris, wie sieht es denn aus? Wollen wir den Gewinnspiel-Gewinner vom letzten Video bekannt geben? Gewonnen hat Florian Schürmann. Riesiges Hecht-Paket. Herzlichen Glückwunsch. Sende uns bitte deine Adresse, dann schicken wir dir deinen Gewinn. Kommen wir damit nun zum heutigen Gewinnspiel. Chris, was wollen wir raushauen? Heute richtig. Ich bin in Feierlaune, muss ich sagen. Ich freue mich, ich bin richtig motiviert, ja? So ein Gewinnspiel nach der ganzen Fanpost. Wahnsinn. Also, wir hauen einen raus. Und zwar richtig. Jemand hat doch vorhin geschrieben, mein Papa sagt, ich weiß nicht so richtig und so weiter. Ja. Wir verlosen heute eine Ultra Boost Allround. Die perfekte Allround-Route für alle, die jetzt mit dem Raufwischangeln anfangen möchten oder auch ganz gezielt sagen, okay, hab meine ersten Schritte schon gemacht, jetzt wird's ernst. Kleine bis mittlere Köder zum Barsch, Zander und Hechtangeln. Kein Problem mit dieser Route. Ein absolutes Meisterwerk. Bullseye X Lieblingsköder Ultra Boost Allround. Um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen, schreibt uns bitte jetzt unten in die Kommentare, wie euch diese Folge der Lieblingsköderangelschule gefallen hat. Mir hat es riesen Spaß gemacht, diese Sendung zu produzieren. Ich fand das toll, einmal einzuordnen. Hecht im Frühjahr, dann kommt der Barsch. Jetzt ist Barschzeit, jetzt losgehen, um Barsche zu fangen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaut habt. Freue mich, wenn wir uns nächstes Mal an gleicher Stelle wiedersehen und sage, macht's gut bis dahin, euer Jens von Lieblingsköder. Ich bin gespannt, was ich可以? Untertitelung des ZDF, 2020